... immer etwas. Stop! Stop! Du beierst, Mutti, ist weg. Gibt's doch gar nicht, eben war sie doch nicht da. Die ist über dir. Die ist wirklich weg, guck doch selber. Gibt's doch gar nicht. Tatsächlich? Aber, aber das hat sie doch nie gemacht. Einmal ist eben immer das erste Mal. Huh? Buh! Ich kenne die Augen. Ich kenne die Augen. Es ist ein dunkler, etwas unheimlicher Ort. Wir befinden uns vor dem Haus des Kommandatore, eines der angesehensten Männer der Stadt. Da ist einer! Da ist noch einer! Das ist Annas alter Vater. Der Kommandatore. Aufmerksamkeit. Das ist ein type Eiler. Der Meister.